Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es sich wieder um den Engelbert Strauß Weihnachtskalender drehen. Gestern haben wir ja schon das erste Türchen geöffnet. Heute, 2. Dezember, werden wir das zweite Türchen öffnen. Ja, erstes Türchen steht schon offen, wie wir sehen. Ja, gestern konnten wir ja auch schon sehen, im ersten Türchen waren ja unsere fünf hochwertigen Totspits hier enthalten. Ja, und heute sind wir doch mal gespannt, was das zweite Türchen so in sich bringt. Und schauen wir doch mal an unseren Weihnachtskalender, wo das zweite Türchen zu sehen ist. Und ich schau mal hier rein. Und hier 19, 19, 20, 16, 17, 18, 21, 14, 24. Oh, die, darf man halt mal nicht aufmachen, die 24. Aber so ein großes Feld schon mal. So, und hier drüben, 15, 19, nein, auch nicht. Und hier, oh, hier ist das größte Feld mit der Nummer 10. Und natürlich hier oben ist natürlich auch die Nummer 2 zu sehen und die werden wir jetzt mal öffnen. So, dann werde ich jetzt mal hier meinen Finger hereinschnupsen und haben wir das jetzt mal versucht, hier aufzumachen. Ja, und es kommt schon was heraus. Und was kommt hier heraus? Und zwar schauen wir mal. Und hier kommt eine Nuss heraus und zwar ist das eine 13er Stecknuss. Und das verbirgt sich halt im Feld Nummer 2. So, und jetzt schauen wir die mal dazu und wir sehen schon mal, haben wir eine kleine Vierkantaufnahme hier drin. Und hier natürlich unseren 13er Nuss auf der anderen Seite. Und das hat sich jetzt im zweiten Kalendertürchen hier versteckt. Und ja, es beginnt schon mal nicht schlecht. Ja, damit haben wir jetzt das zweite Türchen dieses Kalenders hier geöffnet. Wer selber Interesse an so einem Kalender noch hat, schaut mal bitte unten in die Videobeschreibung herein. Denn da habe ich dieses Teil auch nochmal verlinkt. Könnt ihr dort natürlich immer noch bestellen. Macht riesen Spaß, jeden Tag hier so ein Kalendertürchen zu öffnen. Finde ich zumindest. Ja, und wer ihr auch so neugierig seid wie ich, dann schaut doch mal wieder rein. Denn morgen öffnen wir das dritte Türchen in einer neuen Folge von Jörg Erklärtz. Joenthe Bischof und Jörg Erklärtze Joenthe Bischof und Jörg Kirchhofen Joenthe Bischof und Jörg Erklärtz. Untertitelung des ZDF, 2020